Nichts als dicke Mauern umgeben von noch dickeren Mauern. Ich hab die Dinge nicht auf die Art wahrgenommen wie ihr. Was war real für dich, Daniel? Lass mich los! Lass mich los! Die Augenblicke zwischen den Sekunden. Daniel Holden hat gestanden, Hannah getötet zu haben. Das Urteil wurde lediglich aufgrund einer Formalie aufgehoben, was ihn verdammt nochmal nicht zu einem Unschuldigen macht. Oh Gott! Der Junge war noch ein Baby, als sie ihn eingesperrt haben. Hab alles über deinen Halbbruder gelesen. Stiefbruder. Wie ist er so? Scheint ein komischer Vogel zu sein. Nach einem halben Leben in der Todeszinne. Wenn sie was zu sagen haben, dann bitte, dass er bei uns ist. Provoziert die Menschen. Als er gefunden wurde, saß er neben der Leiche des Mädchens. Es kann euch doch egal sein! Bist du absolut davon überzeugt, ja? Bist du sie getötet, Trey? Der Junge war noch nie in seinem ganzen verdammten Leben extrem glücklich. Das ist schwer zu sagen. Er hatte bisher fast kein Leben. Wie kann man als unschuldig Eingesperrter so locker sein? Manchmal denkt man, du willst hier gar nicht raus. Jetzt, wo ich hier in dieser Welt bin, ich weiß noch nicht, woran es liegt. Die Dinge finden sich. Und es wird herrlich sein, Daniel. Ach, du, da entwickelst vielleicht so eine Art Gefängnisromantik für den Typen. Mal überleg, wie schlimm es für alle wird, wenn wir seinen Arzt zurück ins Gefängnis schleppen. Es gibt Leute in der Gegend, die Daniel tot sehen wollen. Sie schämen sich für dich, als ob du zu einer Freakshow gehörst. Es ist plausibel zu denken, dass ein paar der anderen Burschen mit der Kleinen verkehrt haben können. Ich werde essen wie ein Mann, der keinerlei Sorgen kennt. Nichts, was wir durchgemacht haben, war normal und es wird sich kaum ändern. Nichts, was wir durchgemacht haben. Untertitelung des ZDF, 2020